aber wir haben tatsächlich noch so ein kleines bisschen habe ich noch auf dem schirm hier zwei dinge eigentlich einmal sand wie verträgt sich das mit der strömung und die kleinigkeit licht oder hast du mal gesagt du wolltest eigentlich keinen sand rein machen habe ich glaube ich noch so im hinterkopf aber war du hast jetzt tatsächlich ein bisschen sand rein gemacht warum tatsächlich wollte ich eine zeit lang keinen sand ich habe lange überlegt erst wenn das system alles gut läuft und keine probleme mehr da sind wollte ich sand hinzufügen auch nach dem wunsch dass ich da so ein paar fische halten kann die im land schlafen des weiteren ist es auch vom anblick her sehr schön hell es wirkt heller als der schwarze boden und es ist jetzt nicht das ganze becken mit sand bestückt worden sondern ich habe oder wir haben einen zehn zentimeter kunststoff platten streifen unter das rift geklebt so dass der sand nicht aus der extra pool geworden also ein drittel des becks ist jetzt nur mit sand bestückt und da kann das nicht so ohne weiteres raus das heißt also die strömung trägt den den sand nicht dahin wo sie gerade hin möchte das heißt so hast eingegrenzt dass der sand nicht massiv unterwegs ist also minimal vielleicht was hast du für ein sand genommen sind sehr sehr grobkörnig sehr grobkörnig also es ist kein feiner sand ja ok wenn es zu grob irgendwelche effekte bemerkt nach dem einbringen vom sand weil viele sagen ja auch wenn du sand reinbringst wirkt wie ein schwamm zieht hier und da an nährstoffen und kh und et cetera irgendwas ja und dann haben wir noch die kleinigkeit licht du hast am anfang mehr oder weniger sage ich jetzt mal ganz salopp alles zusammengekratzt was du hattest und hat es drüber gepackt das waren glaube ich sirius die darüber gepackt hast das waren hakuis habe ich noch mal vergessen das war schon ordentlich das war schon sehr viel aber das waren auch alte lampen die hatte ich schon seitdem ich das große becken hatte natürlich kannst du bei den hakuis die leuchtmittel tauschen das geht bei den sirius natürlich nicht das waren auch noch die alten varianten und uv und ohne grün die haben in den rotkanal dann drin in den extremen ja ja genau und das sollte eigentlich auch alles so laufen und mein plan war eigentlich so was wächst wächst und wenn ich pech gehabt ja irgendwie war es dann aber von der steuerung her dass mir das alles nicht so richtig gefiel und die hakuis die hatten zwar 1000 watt lichtleistung aber die haben fast 2000 watt gezogen und da habe ich dann irgendwann gesagt obwohl der strom kostet uns jetzt sieben cent die kilowattstunde wir haben pv-anlagen auf unseren dächern deshalb könnte man argumentieren ja macht ja nichts also das umsetzen ist das umsetzen ist wahrscheinlich teurer als den strom zu bezahlen allerdings hatte ich mit der steuerung immer probleme und wenn ich mal was ändern wollte war das halt sehr sehr schwierig dann wieder die jeder einzelne sirius ranzukommen und dadurch dass ich sehr viel reef factory produkte eingesetzt habe war der wunsch der noch irgendwie da diese app weiter zu nutzen und nachdem wir oder nachdem mir reef factory da mal ein angebot gemacht hat wie viel lang mich da oben drüber setzen sollte um das optimal auszuleuchten ja das fand ich dann angenommen das fand ich dann mal 37 reef flair pro und auch ein paar blues dabei ich blende es mit ein ja und das ist glaube ich ende juli passiert und seit dem zeitpunkt ist das wachstum massiv massiv gestiegen also das ganze wachstum ist eigentlich seit ende juli entstanden und ich glaube die ersten videos die von den becken gemacht worden sind die schon ansehnlich waren gerade im september glaube ich also das waren ja nur ein paar monate wachstumszeit und ich sage ich habe schon mit mehreren leuten gerätselt warum deshalb das jetzt so gut läuft so ein starkes wachstum ich sage habe ich vorher noch nie erlebt weder in der korallenanlage okay das war es war ein norm ja das ist wahrscheinlich dann doch ich sage mal in anführungszeichen die neuere lichttechnik die vielleicht ähm habt ihr mal messungen gemacht in welchen bereich es reingeht also ich meine spektrum technisch seid ihr näher am tatsächlichen tageslicht dran oder seid ihr da mehr in ich sag jetzt mal in den optischen wohlfühl bereich gegangen so das was dir am besten gefällt also ich habe das nur so eingestellt wie ich es haben möchte und der rest war mir zu dem zeitpunkt egal das musste schon irgendwie so ein bisschen passen also man durfte nicht UV auf 100% drehen sag ich mal also da haben wir schon ein bisschen orientiert an den empfehlungen und ähm die vermutung die wir haben ist wenn wir normale 700 liter becken haben ein großes 700 liter becken haben dann hast du zwei lampen nebeneinander so und jetzt ist bei mir oben die ganze oberfläche ist mit lampen gepflastert und ähm ich wir vermuten dass das licht jetzt wirklich auch in 10 grad winkel an die korallen ran tritt und nicht nur in 90 grad winkel dass die koralle wie im meer eventuell von allen seiten licht bekommt und selbst ganz unten ich sag mal ich habe damals gedacht ich könnte sps in den obersten bereichen der deko ähm des griffes halten oder äh pflegen und ich mache es bis auf den boden jetzt bis 1,70 m tiefe und äh die wachsen die montikplatten die wachsen am boden und das ist für uns da so die erklärung erstmal die strömung die überall herkommt und das licht was auch aus allen richtungen kommt das waren so unsere überlegungen was anders ist als in normalen heim aquarien also das mit der strömung ähm merkst du dann äh jetzt durch die ocean motion ähm dann doch schon extrem also dass das halt äh eine veränderung im riff ist dass es ein besseres wachstum ist besser durchströmt wird ähm also das ist anstatt nach starren aus aus äh strömung sag ich jetzt mal ja äh das ist eine gute kombination aus strömung und licht und ähm die farben kommen natürlich von den geringen nährstoffen also trotz rotfischen habe ich immer sehr geringe nährstoffe dass ich am anfang oder dass ich jetzt immer noch aktuell noch nährstoffe dazu dosiere dass ich irgendwo im nachweisbaren Bereich bleibe ja ja eindeutig mehr heil ja dann hast du aber auch im Anschluss weniger andere Fische die was reinbringen das ist natürlich ja ein Teufelskreis Tom hat auch gesagt er will weniger Fische das ist Fan davon er will sie suchen ja er muss sie aber nicht direkt im Haimagen suchen das ist doch so ein vernünftiger 60 Kilo Zackenmarsch ich kümmere sich denn drum aber obwohl du das gerade mit der Beleuchtung sagst kann ich nochmal kurz aufgreifen also wenn jemand mal unterwegs in Liederlande ist sollte man sich mal den Burgers Zoo angucken den Burgers Ocean ähm der Max Janssen der hat da 6 Meter 50 Lassertiefe und da stehen Endwarnakos auf dem Boden diesen Abenddick und fantastisch und der hat überwiegend Tarkoider drauf es wird also immer mehr natürlich auch bei den Profi-Macken ganz in den M&D-Bereich gegangen ganz oft gefallen aber bei diesen echten Fachleuten die nicht fahren noch nicht so richtig weil die die großen M&D-Lanken die bieten halt auch nicht die die Möglichkeiten die jetzt so eine voll kontrollierbare Hobby-Lanken äh dafür darf ich halt nicht sofort kaputt gehen und nicht wegen Spritzer Wasser gleich die Petsche machen aber ähm was interessant ist dass eben ein Großteil H2I-Beleuchtung immer noch da ist ähm und die gehen da auf über 6 Meter Wassertiefe runter und sorgen dafür dass also unten also die haben Monkey-Kolonien so groß wie klein waren Wahnsinn das ist wirklich wirklich absolut beeindruckend wenn man das mal sieht aber die haben immer noch 78 Kilogramm Beleuchtung da drauf Licht ist Leben ja ja plus da ein bisschen Tageslicht aber eben auch viel Schwimmung also das nächste Ding also ich hab den Effekt bei mir auch gehabt als ich ja nicht gewöchelt hab von Hersteller A zu Hersteller B ähm hab ich innerhalb von vier Wochen gesehen dass die Korallen anders gewachsen sind nämlich nicht mehr nur lang und astförmig sondern plötzlich haben überall oben Wachstumsspitzen geprägt und sind viel breit getächert geworden als könnte man ganz klar auf die Änderung ins Licht zurückführen aber alles andere muss natürlich auch mal passen ja klar logisch das ist ein Zusammenspiel aus die Barriere nicht sozusagen also man kann ja im freien Wasser ein KH 7,5 haben und wenn du genau an der Koralle wünscht also direkt an der Oberfläche ähm am sozusagen am Gewebe dann muss ja sein dass du da KH 5 wüsst und die Koralle kann dann jetzt verstoffwechseln dann nicht genug Stimmunggas das muss diese diesen oberflächeneffekt sozusagen dass man nicht brechen muss dass du da wirklich mit genügend Stimmung dran gehst nicht zu viel sein und hast du Wege dran lassen an der Koralle also nicht so kirchermäßig aber das ist schon ein ganzes Maß das man auch gerade also an welchen die Torben jetzt hat wenn erstmal die Korallen da groß sind und du hast halt dann Steinkorallen die vielleicht 50, 60 cm hoch sind das das nimmt ordentlich Strömung strömt weg im Wasser man glaubt gar nicht und rein und dann fehlt es natürlich wenn die Strömung dann auch wirklich von allen Seiten sich neu einstellen kann ja ich habe es im Endeffekt bei mir im Becken jetzt auch mehr oder weniger mal gemerkt ich hatte die die Pumpen ja eigentlich auch ständig in Bewegung gehabt aber Fakt ist tatsächlich eine konsequente Strömung mit den mit den Pumpen also nicht Pulsen oder sonst irgendwas sondern einfach nur ich sage jetzt mal 80% einstellen und laufen lassen und dann einfach nur in die Richtung pusten eine gewisse Zeit lang damit sich auch wirklich was aufbauen kann so und das hat ja Torben eben auch schon gesagt ich glaube nach 2-3 Minuten siehst du dann die ersten Effekte aber damit das auch wirklich was im Becken bewirken kann muss es natürlich auch länger sein also ich habe es bei mir in 10 Minuten Abständen in einem kleinen gemacht ich denke kann mir mal vorstellen dass es im großen Becken ein bisschen länger dauert bis da ich sage jetzt mal die Gegenströmung sich aufbaut die kleinen 34.000 Liter plus aber da muss man vielleicht schon mal eine halbe Stunde oder eine Stunde warten aber das ist aber nicht schlimm also man macht ja mit so einem Becken sowieso nicht so ein wenn ein Primobio wo das dann alles so schnell hinterher schwappen muss oder so sondern da geht es ja wirklich darum das ganze Becken vernünftig durch zu mischen und eben auch überall die ganzen Ablegerungen wegzubekommen und das geht halt nur wenn man den ganzen Wasserkörper auch zum Bewegen bringt und das geht eben nur wenn man eben auch die Zeit gibt das zu tun also nur wenn man da einmal die Kumpel und mehr dreht bewegt sich ja nicht gänzlich der ganze Wasserkörper an das ist eben dann braucht man ein bisschen Geduld ja jetzt nochmal die Frage dass es ins Becken reingeht jetzt weiter geht es auseinander oder? ja das schon aber also bei der AFC 400 bis du jetzt mit der normalen Güse wieder vorne dran bist manchmal ist der Strahl so nach acht Metern ungefähr etwas größer als Pizzateller also so weit geht das gar nicht auseinander okay das sind ziemlich lange zusammen also deswegen haben ja schon einige Kunden haben sich tatsächlich schon Alternativdüsen dafür gebaut dann müssen sie eine breitere Streuung haben okay also ich was natürlich ich sag mal in so einem Becken über Torben wird das nicht so viel helfen weil du ja den ganzen Wasserkörper drehen sitzt aber wenn du jetzt ein Becken hast was so kurz ist dass du immer ständig deine Körper direkt hübst mit der Stimmung dann macht es natürlich Sinn die Strömung ein bisschen weicher und breiter zu gestalten das ist dann also okay wusste ich jetzt nicht dass die dann trotz alledem so einen gebündelten Strömungsstrahl dann rausbringen das ist dann ähnlich sag ich jetzt mal wie die guten alten Tunze bei denen ist es ja ähnlich gewesen größentechnisch natürlich ein kleines bisschen unterschiedlich aber okay ich hätte gedacht dass sie ein kleines bisschen breiter fächert wieder was dazugehört ziemlich ziemlich streng zusammen aber wie gesagt es ist halt auch hier gemacht ein großes Becken umzusetzen ja und die kleinste hat also so auf 10 Meter immer noch relativ kompakt gestrahlt so jetzt nochmal die Frage was denn das geht nicht verloren das ist schon krass aber dafür gibt es eben auch wie gesagt jetzt ich habe also gerade schon einem Kunden ja Düsen dafür gemacht bekommen und mitgebracht bekommen zum Ausprobieren und wollen wir dann mal ein paar Videoaufnahmen machen und mal gucken ob wir das sichtbar machen können wie anders die Strömung dann aussieht mal ein bisschen mit Farbstoffen zu spielen dann kann man es mal visualisieren aber ich denke das wird erhellend für einige sein was das für ein Unterschied ausmacht ja jetzt nochmal kurz die Frage an Andy die Version die du da jetzt im Prinzip als Ocean Motion the big one jetzt erstmal für die AFC 400 im Einsatz hast ist das jetzt die finale Version kommt da noch was bist du da noch in der Verbesserung gibt mal einen kleinen Ausblick was kommt also alle ich fände die 1200 dran laufen dazu muss einfach die Motorkraft nochmal anders sein weil das ist jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer die hat ja dann fast 30 Kilo die Pumpe und da sind wir eben gerade dabei auch jetzt nur noch umzupahren von der Motorentechnik her dass das dann auch mit der Pumpe funktioniert es wird jetzt Anfang kommenden Jahres was geben wo man den AFC 150 heranhängen kann das ist dann so eine mittlere Größe dass man in dem Bereich von dieser Bumpe ist weil da ist einfach der große überdimensioniert also hier wird Anfang nächsten Jahres erlaubt schon zwei Stücke im Test bei den Kunden auch was ich hab noch gar keine das steht aber es kommt noch ja was soll ich sagen genau großes Becken viel Technik ein von mir aus ja zu wahrgenommene Mega Entwicklung und das überhaupt so tatsächlich vernünftig richtig ja sich so geil entwickelt hat wie es jetzt tatsächlich ist das ist natürlich echt Wahnsinn also ich selber hätte Angst vor so einem großen Becken muss man ganz ehrlich sagen okay du hast es liegt ja an dem Händchen von Tom der muss ja offensichtlich da auch ein Gefühl für haben ich habe ja sowieso auch zwei Linke kann man ruhig auch mal sagen da kannst die ganze Technik haben wie du willst ich hab schon so viele Technikgräber gesehen und das Aquarium sieht trotzdem Käse aus und wenn die Korallen dann wachsen dann liegt das auch zum großen Teil immer an dem wer es bedient da gibt es viele Wege nach oben technikmäßig ja aber wenn du dich nicht beschäftigst dann kommst du gar nicht vorwärts das ist zu viel des Lobes also ich habe nicht wirklich viel Ahnung davon allerdings jetzt warst du mir Angst kaputt es es ist tatsächlich so wie du gerade sagst mit diesen Technik gräbern irgendwas fällt aus und dann ist alles hin also ich hatte schon immer also ich hatte mal High-End Korallen in dem 5500 Liter Becken und auch in der Korallenanlage und dann ist ein Kaltreaktor ausgefallen ich habe es nicht gemerkt die Störungsmeldung ist nicht gekommen wie sie kommen sollte und deshalb verzichte ich wirklich wenn es irgendwie geht auf das meiste an Technik und Pelletfilter Aktivkohlefilter möglichst wenig möglichst wenig Pumpen möglichst wenig Technik und Überwachungstechnik schon die mir dann vielleicht mal wenn was passiert mal Fehlercode mehr wendet aber möglichst wenig Dinge laufen lassen ja im Endeffekt ist es dir auch sehr gut gelungen also normale Umwälzpumpe Fließfilter Abschäumer Versorgungssystem und ein bisschen Überwachungstechnik habe ich was vergessen achso Licht ja und im Prinzip ist es ja nichts anderes jetzt ganz doof gesagt wie von unseren Becken im Heimbereich das Ganze ein bisschen größer gemacht aber tatsächlich äh ja das kann also man kann sowas nicht einfach nur hochskalieren also das haben ja auch schon berühmtere Leute die die in New York so Riesenbecken betreiben schon falsch gemacht dass sie gedacht haben man könnte ja einfach mal so naja normales Riffaquarium bauen wir einfach 20 mal so groß und dann machen wir einfach alles 20 mal so viel und die enden dann mit einer Sauerstoff Übersättigung und alle Fische werden krank mit so Pop Eis weil die einfach überhaupt gar keine Engasungsstrecken mehr haben also sobald man eine bestimmte Größe überschreitet dann muss man sich um ganz neue Probleme Gedanken machen die man bei kleinen Becken gar nicht bekommen kann weil man die Wassermengen gar nicht transportiert weil man die Luftmengen gar nicht mit reinzieht bei Torbensbecken ist natürlich der große Vorteil dass quasi die gesamte Technik auf dem gleichen Niveau wie das Becken ist das heißt man hat nicht stockwerkeweise dazwischen bei anderen größeren Aquarien wird ja gerne so gebaut dass man dann Technik im Keller Aquarium im ersten Stock ja dann fangen die Probleme an weil ich dann nämlich einfach einen viel zu hohen Gastronom unter Umständen bekomme das ist so eines der Probleme die wir schon mehr oder minder regelmäßig auch sehen weil Menschen denken sie könnten einfach alles größer bauen und passt das schon also da muss man schon gucken dass es da nicht irgendwie andere Probleme gibt genauso mit dem Versorgungssystem muss man sich auch Gedanken machen also viele Sachen die wir in der Hobby Ecke machen funktionieren einfach für große Anlagen auch nicht also A weil es vielleicht einfach zu teuer wird so kann man natürlich nicht anfangen irgendwelche Premium Tinkturen von Ruhiglieter Packungen zu kaufen da muss man sich dann schon mal um andere Sachen Gedanken machen aber gerade was die Technik angeht kann man nicht immer vom Kleiden aufs nächst größere Ich wollte eigentlich auch nicht so direkt hoch skalieren aber im Groben und Ganzen vom jetzigen Becken von dem Becken was ich habe oder was der oder du hast ist es ja auf dem gleichen Level technikmäßig hochgezogen und es funktioniert ja tatsächlich also aber man muss auch sagen es waren viele viele Leute vor Ort viele Experten vor Ort die ihre ich sage es mal in Sachen Pumpentechnik in Sachen Versorgung der Joko Kott war da etc. pp ich habe sie jetzt nicht alle im Kopf und wie Torben schon sagte es ist nicht alles auf seinem Mist gewachsen ist korrekt aber tatsächlich ist die ganze ich sage mal das Zusammenspiel von allen führt bisher zum Erfolg ich sage es jetzt mal ganz ganz bewusst pauschal bisher weil passieren kann ja leider Gottes immer was davon ist man ja nie nie befreit aber das das wollen wir ja nicht hoffen eine Sache hat man eben noch vergessen also gut hat man ja gerne diese Stein halten da dass man Steine reingeworfen hat in 40.000 Liter dann 4.000 Kilo Steine Westribüne Hafenbauer mit diesen neuen künstlichen Riffen zum Beispiel auf das Epo-Rief von Norbert das ist ja natürlich auch sehr strömungsfreundlich wenn du nur 400 Kilo in so einem Becken drin hast und das ist alles sehr grazil ist das natürlich nicht so eine Strömungsbremse als wenn man da mal 4 Tonnen Lebgestein reingestellt du hast auch nur ganz wenig Auflagepunkte bei deinem ich sag mal sehr großen Riff habt ihr jetzt nicht im Kopf wie viel Fläche Norbert hat glaube ich irgendwann mal errechnet so ungefähr Pima Daumen muss man sich mal wegtun also dieses Riesen-Riff was wir da im Hintergrund sehen steht auf einer halben DIN A4 Seite an Auflagepunkten und ist darauf dann aufgebaut das ist schon echt krass das heißt er kann natürlich das Wasser überall durch das ist natürlich sehr sehr bochteilhaft auch zum Reinigen also wenn man mit sehr vielen Lebgesteinen gearbeitet hat ich hab mein erstes Becken da kamen 70 Kilo Lebgestein rein ja da wo das Lebgestein war da konnte man nachher beim Rausholen der Steine der erste Stein war halt im Dreck drin also wie will man das auf Dauer pflegen also das ist natürlich schon insofern auch da hat man sich Gedanken gemacht wie kriegt man es am besten hin um da in Zukunft auch wenn alles zugewachsen ist trotzdem noch unten drunter alles vernünftig sauber machen zu können ja habt ihr noch was also ich mir platzt gerade der Kopf aber es ist auch natürlich nicht gerade das kleinste Becken aber es ist schon echt Wahnsinn also von meiner Seite aus wäre ich diesbezüglich durch habt ihr noch was vielleicht noch mal eine Information also es wird immer eine Information für Kalkreaktor Betreiber da wird immer gesagt für große Becken muss man einen Kalkreaktor haben weil der billiger ist also wenn ich mir natürlich ich habe es jetzt Palettenware bekommen meine Ballings Würstigkeiten Entschuldigung meine Salve 25 Kilo dann ist das natürlich auch billiger als wenn man einen Kalkreaktor betreiben muss also ich habe jetzt für zwei Jahre gekauft das waren keine 1800 Euro wenn ich dafür kriege ich keinen Kalkreaktor in der Größe nicht und alleine was ich dann mit CO2 Flasche zu tun habe den CO2 Eintrag ins Aquarium wenn ich dann auch noch wieder mit wie heißt das Argonit bestücken muss oder den Kalkreaktor wird auch teuer du brauchst vor allem einen Reaktor einen kleinen Reaktor für dieses Nano ist ja dann auch schon wieder da kommst du ja mit einem handelsüblichen schon gar nicht mehr hin der muss ja auch angefertigt werden laufende Unterhaltskosten davon wie schon sagt und läuft das Ding dann störungsfrei ja also ich habe das bei mir tatsächlich auch mal durchgerägt ich habe angefangen auch eine Kalkreaktor aber ich glaube ich kann zwölf Jahre Balling fahren bevor sie allein die Investitionen vom Kalkreaktor errechnet und in zwölf Jahren ist dann die Pumpe dreimal kaputt und ja CO2 auch schon die CO2 Flasche was ja auch nicht so einfacher ist wo kriegt man mal den CO2 das ist auch nicht einfach mal an jeder Ecke zu bekommen dann musst du den entsprechenden Gashändler in der Nähe haben aber bei dir im ländlichen Bereich sowieso schwieriger als wie ich sag jetzt mal hier bei mir im Bereich die laufen ja ganz gut genug CO2 ja das ist die andere Wahl unsere Gaststätte hat die Flasche auch da kann man es natürlich an Know-how ja aber ich sag mal es kommt noch ein kleines bisschen auf ich sag mal die Philosophie an möchte man das möchte man das nicht aber ab einer gewissen Größe lohnt es sich wahrscheinlich nicht mehr sagen wir es jetzt mal so also ein Kalkreaktor hat hier und da seine Berechtigung ich selber hab so ein Ding nie wirklich ans Laufen gekriegt auch zwei linke Hände ich war da einfach zu blöd für von daher wie laufen sie die super bitte wie laufen sie die super ja ja wenn sie dann laufen ich hab mich dann noch nicht mal so weit gekriegt ja da kann ich nicht überklagen also meiner lief schon lange gut ich hatte auch drei verschiedene so nacheinander die Schwierigkeit ist immer dann wenn irgendwas ausfällt und wenn man dann gerade mal selber nicht da ist wie resilient ist das System gegenüber ausfällen und da wird es eben schon eher schwierig wenn da sich einer zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zum richtigen Stecker rauszieht oder eine Flasche abdreht dann kann das halt eben bei dir ja dann auch extrem schnell extrem schlimm werden ja so muss ja nicht jemand machst du immer noch ein wenn du es jetzt von Hand dosierst weißt du wenn da einer einen Tag lang keinen Balling dosiert mein Gott auch nicht tragisch läuft einfach weiter du siehst am nächsten Tag ein bisschen mehr das geht alles schon wenn die Ballingpumpe ausfällt kann ich von Hand manchmal abkippen das kann ich bei einem Teil kaputt getreten habe was man nicht kaputt treten sollte dann hat man da Stress über das Wochenende ja auf jeden Fall das passiert Freitag abends total normal deshalb kann man Alex noch Samstag morgens anrufen wir blenden doch mal in seinem Privat nochmal ja genau ja ich würde mal sagen ich hoffe wir haben euch mal da draußen so ein kleines Bild von dem ich sag mal A Werdegang B vom jetzigen Becken wie es entstanden ist beziehungsweise wie es sich entwickelt hat was alles notwendig ist was noch an Innovationen reingekommen ist halt durch die Neuentwicklung der Ocean Motion für die kleinen Pumpen ja solltet ihr Fragen Sorgen Nöte unsinnige Anträge haben was wir vielleicht im Unklaren gelassen haben schreibt es doch einfach runter in die Kommentare ich denke mal wir schauen dann die nächste Zeit mal drüber beziehungsweise ich gebe es dann weiter und entsprechende Antworten werden dann bald eintrudeln ja habt ihr noch eine Kleinigkeit mir fällt nichts mehr ein Tag war lang genug ja Tag war lang genug Video wahrscheinlich auch ich befürchte das wird ein Zweiteiler bei der Länge scheint so ja und ja da würde ich mal pauschal sagen vielen lieben Dank dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Video für diese Videokonferenz die wir zum Video machen und in diesem Sinne würde ich sagen wünsche ich euch da draußen einen schönen Tag Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt bis zum nächsten Mal euer Alex Torben Andi euer Weifer ciao zusammen macht's gut ciao ciao tschau 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.